Dann geht's los. Guten Morgen. Wir sind Teil der DNA-Community. Das ist das bundesweite Digitalisierung- und Innovationsnetzwerk der AWO. Gegründet haben wir uns Anfang 2021 und mittlerweile sind wir rund 70 Menschen, die sich regelmäßig treffen und austauschen. In verschiedenen Räumen, in denen die Events stattfanden, fand ich auch super, weil man dadurch gleich auch den Kontakt über die Location mit den anderen Leuten hatte, die dann auch an dem Thema interessiert waren.